Hallo und herzlich willkommen, was machen die zwei denn dort? Willkommen zurück zu einer neuen Runde GTA 5 Wir fahren heute zu unserem Hauptaufrag, Minuteman ist schon wieder aktiv, sehe ich gerade Oh Gott, was die schon wieder vorhaben Machen wir mal später, jetzt nicht Ich will mal wieder was Größeres machen So kleine Hauptaufträge und Flugzeug Wow Alter, was für ein Hirsch Es wird jetzt ein Elchtest hier Ich renne doch quer über die Straße Ich dachte, er hat das Auto überfährt Und das wollte ich nämlich kurz sehen Wenn der Autofahrer da dann reagiert Hallo? Reagiert Wie gesagt, es wäre cool in GTA Online Also ich bin immer noch dafür, dass das eingeführt wird Ich renne immer auf einmal so ein Hirsch vor Die Butehaube Das ist bestimmt genauso lustig Wie wenn ein NPC hier rein Plötzlich ausschert und du in den Rhein fährst Okay, vielleicht überlege ich mir das nochmal Aber witzig war es irgendwie trotzdem So, was war eigentlich noch Was müssen wir eigentlich überhaupt nochmal machen? Oder wurden wir nur drüber beordert Und hatten noch gar keinen richtigen Hinweis Was wir dort tun müssen Ich weiß es nämlich gerade nicht mehr Aber ist hier nicht irgendwo der Ort, wo das Da unten noch Das ist doch der Ort, wo das U-Boot normalerweise spawnt in GTA Online Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen U-Boot Action Man weiß es nicht, man munkelt nur Michael scheint schon da zu stehen Und Franklin auch Ja Ja Was ist das? Was ist das? Was geht's? Was geht's? Hallo Trevor Was hat dich gehalten? Business, Michael, business Alright? Ich bin der CEO einer großen internationalen Corporation. Es ist sehr Zeit Ich habe Zeit verwendet. Nichts, natürlich, du wirst du verstehen, als ein Mann von Leisure. Du wißt du, Franklin, wenn es eine Sache gibt, die du lernen kannst, von uns zu sein... Bitte, fucking Insanity. Dann können sie dich nicht schrauben. Wenn du etwas getan hast, geh mit dem Busy-Man. Diese Risch-Fuck ist nicht wertvoll. Oh, hold on, Mann. Könnt ihr euch diese Scheiße aus? Oh, look! Jungs, ihr Jungs, das sind die Feds. Hey, wo sind die anderen drei? Was sind die drei? Wir haben gesagt, wir bringen sechs, das ist ein sechs Mann. Nein, ihr habt nicht. Dave hat? Nein, Dave hat nicht. Du sagst, du würdest es machen. Das ist eine verdammelige Scheiße. Ich bin nicht falsch. Alles klar, dann sind wir hier raus. Fuck es. Los geht's. Sie drei können es alleine machen. Und ich, fuck Sie. Du machst dein eigenes Dürfen. Hey, ich mache meine Dürfenen jeden Tag. Denken der Land sicher von einem Schum wie du. Und du machst einen tollen Job, Herr. Hey, du willst dieses Job fertig? Dann komm mit uns, hm? Komm schon, komm schon, Herr Leisure-Ware, Herr Depressed Accountant. Los geht's nach Amerika. Wer sind wir von der fucken? Das ist die reale Sache. Meine Sourcen sind überzeugt. Es gibt ein Plot in International Affairs, you know, die Agency. Und sie benutzen diese Facilität um ein sehr nirv toxin zu machen. Bullshit. Ja. Und sie planen, in ihrer Mind-Blohung-Insanität, um ein Major-Terrorist zu verlassen, in einem metropolitanen Bereich, so dass sie weiterentwickeln können. Nichts erhöhen, für die Terror-Terrorist zu kämpfen, als die Terror-Terrorist zu kämpfen. Okay. Also lass mich das durchführen, dann. Nein, 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 nein. Es ist kein durchführen, das ist der Punkt. Jetzt machen wir das. Ihr zwei. Wir sind auf Getaway. Mach auf und mach es passieren. Michael? Du bist mit uns. Welcher Größe du hast? Tschüss, Michael. Blub? Wir tauchen wirklich? Jetzt wird's interessant. Ja. Okay. Lass mal einen Auftrag, den ich wirklich nicht kenne. Ich bin nicht auf, Steve. Keine Widerungen, keine Widerungen, Keine Widerungen. Wir kämpfen für die Freiheit der Menschen. Keine Widerungen auf mich auf Patriotisch. Du bist seit dem System schon lange. Die Verantwortung für soziale Widerungen? Eine Schöne für dich. Also, vielleicht werde ich mich wiederum, oder werde ich in der Prozessin getötet? Das ist das blöchste. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. A hero's death is too good for you. You'll die in the ignominy you deserve. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here goes! Meriwether. Achso, ah, okay. Bidabdoga! Obwohl, ich glaube, das habe ich doch schon mal gemacht. Das kommt mir jetzt irgendwie bekannt vor. Wenn wir jetzt gleich Stangen irgendwie, äh, geburt machen müssen, dann kenne ich die Mission doch noch. So, du, sind auf jeden Fall die zwei? Genau. Genau. Doch, die habe ich doch mal gemacht. Ah, hier haben wir es. Das reicht schon? Ah, warte mal. Ah, auf das Geräusch muss ich achten, okay. Shit. Gut. So, du hast noch mehr kleine Facts für mich aus dem Instruktionen-Manual? Ich dachte, du wirst ein paar Intelligenz auf das Geräusch, die wir gesetzt haben, um deine Hard-Wand-Fonds. Ha, ha, ha. Ich dachte, es wäre alles, dass es alles in einer Warnung voll von Windbreakern geht. Oder vielleicht ein paar Nippelklampen. Kann ich noch runterschwimmen? Ja, kann ich. Gut. So. So. Hä? Letzte. War nicht richtig drauf. Wie gesagt, mit diesem akustischen Signal hier. Ich glaube, da war das sogar noch ein zweites Gitter. Hm. Easy. Was schafft ihr Zugang zum Labor? Naja. Nichts einfach als das. Hust. Tch. Tch. Ach, shit. So unten rum, du auch. Das Problem mit diesem Job ist, dass ich nur die Kriminale, die genug genug sind, um sich aufzunehmen. Ja, nur ich habe nicht aufzunehmen. Erinnerst du, ich habe mich selbst aufgenommen. Er macht einen Punkt. Das macht dich doppelt dumm. Super. Sehr charmant. Das ist ein Luftpoket. Lass es auf die surface, Leute. Das ist ein Luftpoket. Lass mich doch erst mal auftauchen. Mensch, man kann auch stressen hier. Da bin ich längst an der Leiter. Ihr Pfeifen. Wie sind wir? Sind wir bereit? Ich war zuerst bereit. Komm, Dave. Was ist der Plan? Hey, hey, hey. Wir lösen die Toxin. Wir lösen unsere Schalldämpfer. Das ist das, was wir haben. Great. Leid den Weg. Danke, Robert. Setz dich. Baumzolle habe ich den Test davon. Warum hat mein Sturmgewirr bitte ein Schalldämpfer? Egal. Ich frage mich. Okay, folge Dave und Steve. Ich geh auf die Wallen, schnell! Was zur Hölle? Schock ihn, Michael! Komm, lass uns gehen! Gut. Der Soll geht auch. Okay, ich krieg sie. Okay, ich krieg sie. Ich krieg sie. Ich krieg sie. Ich krieg sie. Wie fühlst du dich daran? Ich fühle mich ziemlich gut. Ja, wenn nur deine Kamera-Kruhe hier war. Röntgen auf der Seite. Komm, lass uns gehen. Wir gehen. Wir gehen, Geeks. Wir müssen sie mit ihnen. Laborhilfe. Wir gehen. Dasarland-Kruhe geht um den links. Okay, okay, okay. Warte, warte. Bleib in die Wallen! Die Sicherheit ist um zu einfach herauszukommen. Hier zu gehen! Wir gehen. Wir gehen! Die Offeneende gehen um die links. aber müssen wir nicht gleich die helfer das sehen ich war so eines schloss hängiges das denn wenn ihr ausschalten sollen sie noch jetzt die ganzen leute hier rumliegen gut zugangskarte jetzt zu etwas gar nicht lang läuft schalte die wachen aus bleibt du mal stehen so er fehlt noch hätte war doch ein ärmchen zeig mal deine beine so weiter wir müssen es zu Ende bringen ich bist auch schon draußen da ist der kopf den habe ich doch gewartet deswegen offen auf dem riesen so daran müssen da rein oder nein drücken die tür zurück okay ach du heilige scheiße zeit der weg kloppt jetzt ist er tot da war er jetzt die müssen auch schon töten mensch einmal mit profis dabei musste typ also doch gut da hinten okay kommen wir noch wenn ich darf wahrscheinlich jetzt fliegen ich darf wahrscheinlich jetzt fliegen sammeln sammeln den container ein das ich bin ich bin zu schnell ich bin zu schnell ich bin zu schnell ich bin zu schnell wir müssen die wache HHC-Response Team ist bereits in der Gebäude! Es ist niemals zu lange! Wir gehen! Wir gehen! Es ist zu risk, Bandito! Das Bord geht um, und nimmt die Hälfte der West Coast mit ihm! Wenn du dich nicht verletzt hast, wie geht es um eine Lösung? Okay, okay! Alles klar, du gehst, ich stehe auf! Fuck es! Ich bin gut von mir! Und die totale Böden? Ich bin glücklich, ich bin nicht einer von ihnen! Komm schon! Los geht's! Los geht's! Oh, FIB-Spezialagent, ich habe das gefunden! Entferne diesen Mann! Fuck you, ich sollte dich entfernen, ich habe nur einen Ball von meinem Land genommen! Zeit, zu gehen! Was ist denn? Glück zum Flugplatz! I'm out of here! Oh Gott! Der hat uns Tolldeckung gegeben! Was ist da da passiert? Wo ist Agent Haynes? Nicht erzählen, dass wir Kasselungen haben! Nur selbstinflicted, was? F***ing guy shot himself so he could pass as a double agent! Ah, well, maybe they'll debrief him with a 12-inch aluminum flashlight! Hangs to be easy way out. Wir're the ones hoping we'll outrun the agency response team. Ich denke Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullsh**. Wenn du uns aufhören, ich nehme den Nerv Agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper! Like things that actually mean something! Not made up wars! With made up enemies! Matters of the heart! Is he f***ing with me? Probably not! Ach Gott, ey! Ach, ich bin immer noch nicht hoch genug, jetzt sag das mir doch einer mal! So... Bisschen hoch... Oh Gott! Was? Was ist denn das hier, ey? Mensch... Ich könnte es doch einfach draufknallen lassen. Ich könnte einfach den hier machen. So... Da! Passt's! Pfff... Aber jetzt zu doof. Aber ich wollte es schön machen. Egal. Schön hat mir jetzt zu lange gedauert. So... Sanft absetzen... Hey, Frank! Was cracking, Mann! So, da chemical weapon in there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time, Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey! Your boys at the agency are onto you, remember? Huh? You and Stevie! Just try and keep your heads down. Yeah, putz. What is this? Oh! Fucking A! Yes! What's up, Mann? My days in the wilderness are over. Lester. He settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. He. He. Yo, alright, man. Well, shit. I'll holler at you later then, alright? What a shit show. I'll tell you what. You can take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's gonna be cool, comfortable, air-conditioned pain. He. He. Take it easy. I had a wonderful time, Trevor. But we both know. I made a vow to my husband. I know. You have a great pain inside you, but you are a beautiful man. I've never been so happy and so sad in my life. You have a beautiful way with words. For some reason, everyone I love, madness of me. I am not abandoning you. I am going home. You street you. I know. I know. Grand Kilometer. Ich hätte vielleicht auch einfach unten auf die Anzeige schauen können, wie weit weg es ist. Ich habe mich jetzt eh auf meine Ortskenntnis verlassen. Ja, der Armin Schreiber muss das halt eine geliebte Patricia abgeben. Aber mal schauen. Vielleicht haben wir mal ein Wiedersehen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mein Eingang eigentlich mal anders. Ach ne, wir sind vorher beim anderen Eingang eingefahren. Am ersten Mal. So. Bitte da mir. Nein. Bleib. Nein. 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 Ich weiß, wie ich sehe zu, du und michael und wir sind Freunde jetzt. Good Freunde. Such good Freunde dass wir machen eine großartige Versch zegere vor. Wie viele Perfeste. Ich danke michael für die Statue. Es ist Exex种. Ja, ja ich werde. Entschuldigung! Hä? Mein Ding hat angeschnauht, dass er stehen bleiben soll fahren, aber weiter. Ich verstehe die Polizisten hier nicht. Gut, aber es ist Zeit die Folge zu beenden und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!